Kallemerer Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wieder haben wir einen interessanten Bericht und diesmal von der Tagesschau. Den Bericht werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und darin geht es um einen Besuch vom Wirtschaftsminister Habeck in Griechenland, genauer gesagt in Thessaloniki. Ja, wirtschaftliche Probleme kennt auch Deutschland, aber diesmal war es etwas anderes. Habeck hat Griechenland mehr oder weniger zum Wirtschaftswachstum gratuliert. Und aber die eigenen Probleme, wie jetzt den Haushalt bzw. die Probleme der VW-Werke, wo eventuell Schließungen drohen, nicht angesprochen. Die Tagesschau hat auf sarkastische Weise den Bericht gestaltet und ist natürlich über Habeck ein wenig hergezogen. Wie gesagt, das Einzige, was angesprochen wurde, Habeck hat angekündigt, er möge mehr Zusammenarbeit mit anderen Ländern in wirtschaftlichen Dingen. Es könnten ja zum Beispiel die Griechen Deutschland helfen. Wie das ungefähr aussehen sollte, ist mir schleierhaft. Denn was ich momentan, ich werde das bestätigen, in Deutschland so abgeht. Und mit puncto Wirtschaft ist es nicht gerade rosig um Deutschland bestellt. Also ein spannender Bericht, ein wenig Sarkasmus in den Zeilen drinnen. Und es ist wirklich lesenswert. Also wie gesagt, man hat, Habeck hat nur kurz gratuliert. Und wahrscheinlich nur aus Anstand, man muss sich vorstellen, dass Griechenland momentan den zweithöchsten Wirtschaftswachstum hinter Polen hat, innerhalb der EU. Und das finde ich schon interessant, wobei ja Deutschland ja eigentlich ein Wirtschaftswunder immer war und immer stolz war auf den wirtschaftlichen Wachstum. Der natürlich jetzt momentan sehr stark leidet. Also Freunde, wie seht ihr den Bericht? Lest es euch durch, schreibt unten in die Videobeschreibung eure Meinung. Wie steht es um Griechenland? Wie steht es um Deutschland? Und ja, was sagt ihr generell zu diesem Bericht? Wünsche euch noch einen sonnigen Tag. Und ich sage halt, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.